In unseren digitalen Bildungsveranstaltungen arbeiten wir sehr gerne mit Breakout Sessions. Das sind digitale Kleingruppenräume in Zoom und die eignen sich hervorragend für Ankommen-Szenarien bei digitalen Fachtagen, für Pausenraumgestaltung, informelle Räume und natürlich auch für Kleingruppenarbeit. Wie Sie mit Ihrem Gerät eigenständig diese Gruppen betreten und wechseln, zeige ich in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heidemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Seit der Version 5.3 ist es nun endlich möglich, der eigenständige Wechsel der Breakout Sessions. Sobald der Host diese erstellt hat, erscheint bei Ihnen in der Zoom-Software in der unteren Menüleiste der Button mit den Breakout Sessions. Hier klicken Sie drauf, es öffnet sich ein Fenster. Hier werden Ihnen die entsprechenden Kleingruppenräume angezeigt, wer sich da drin befindet, wie viele sich da drin befinden. Und wenn Sie hier beitreten wollen, klicken Sie einfach auf der rechten Seite, auf diese blaue Ziffer, dann erscheint der Button Teilnehmen. Und so können Sie in eine Breakout Session eintreten, aber auch nach Belieben wechseln. Das Ganze ist natürlich auch über die mobile App auch möglich. Das heißt, hier sieht man jetzt die Oberfläche von der iPhone-App. Das Ganze geht auch über Android. Hier sehen Sie da oben diesen Kreis mit den vier Quadraten. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann werden mir auch entsprechend die Breakout Sessions angezeigt. Auch hier kann ich mir jetzt einfach einen Raum auswählen und auf Beitreten klicken und die entsprechende Breakout Session mir auswählen. Nochmal etwas anders sieht es aus, wenn ich jetzt über den Browser teilnehme, über einen aktuellen Chrome-Browser oder Firefox. Jetzt aktuell ist es nämlich auch möglich, hierüber die Breakout Sessions zu wechseln. Und zwar gibt es da unten den Button Konferenzräume, nicht Breakout Sessions, sondern Konferenzräume. Und wenn ich hier draufklicke, ist das Vorgehen genauso wie in der App. Ich bekomme ein Fenster mit den jeweiligen Kleingruppenräumen, kann mir meinen Raum nach Belieben auswählen und klicke auf Beitreten. Woran kann es liegen, wenn Sie diese Option jetzt nicht haben oder nicht finden? Das kann genau zwei Gründe haben. Der eine Grund, der kann sein, dass Sie eine zu alte Softwareversion verwenden. Der eigenständige Wechsel über die App ist erst ab der Version 5.3 möglich. Das heißt, halten Sie bitte Ihre Zoom-Software, Ihren Browser und auch Ihre mobile App immer möglichst aktuell. Dann funktioniert auch der eigenständige Wechsel. Der zweite Grund, der kann einfach sein, dass unten Ihre Menüleiste in Zoom einfach zu voll ist. Und hier dann einfach drei Punkte mit dem Begriff mehr erscheinen. Und wenn Sie auf dieses Mehr draufklicken, die Breakout-Sessions sich denn dahinter befinden. Im Prinzip relativ intuitiv und einfach. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, auch mit dieser Methode, mit dieser Technik. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.